Moin Leute, Willkommen zurück mit Schnorrer, FUBA, Pre-Sequel. Jetzt. Go! Go, 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 go! Ey! Was findest du? Sprenglader? Wenn du die Schule geschafft hast, ist mir auch ein Rätsel. Ey, den Mondstein hier. Warum lässt du denn das alles liegen? Na, dafür hab ich dich doch. Arschloch. Selber. Du bist ein reiner Arschloch, ey. Ey, lass dich reiner aus dem Spiel, ja? Alter, hier noch mehr lässt du da liegen. Was ist denn falsch mit dir? Sonst bist du doch so lootgeil. Steht nicht. Das versteht nicht. Drei Meter weiter auch nochmal? Nee, hast du Glück gehabt. Guck mal, ich hab ein 4 hier gefunden. 4, Junge. Piete. Schau so. Wo ist jetzt der Sprengstoff? Weiß ich nicht. finde den sprech ich hänge hier fest wo es sind die angebracht was müssen wir wieder zurück ich habe doch das ist noch nicht mal gesehen weil du ja einfach kacken 3 star schon rüber das habe ich doch noch nicht mal ich war doch noch nicht mal ansatzweise drüben ich war gar nicht drüben das war schon alles erledigt bevor ich überhaupt ein fahrzeug hatte ich sehe das nicht wo soll ich das hier nichts oder die beiden stahlträger was so da ist doch ein extrem sag doch das dass du hier das x meint jetzt wieder monstein gruppen aber ganz schön viel und stellen hier war das wird der beginn von etwas ganz wunderbar da kommt jetzt ohne scheiße wieder ich kann dir gar nicht sagen wie enttäuscht ich bin am boden zerstört unter dem staub da muss doch irgendwas sein wir sind doch noch gar nicht richtig drin was heute danach schon rum er lebt doch der typ welcher dacht du bist gleich wieder Das ist nicht dein Zuhause, sondern Unterruf, ey, das ist Was hat denn der hier? Ein Echo Keine Ahnung, so und so viel Allein seit der Mond gesprengt wurde Sie dachten, ich wäre abgehauen Aber ich bin stattdessen hierher gekommen Hab alles mitgenommen Was mir auf diesem Mond lieb und teuer ist Mich Verrückt wäre ich, haben sie gesagt Aber ich bin derjenige, der noch lebt Und ich bin derjenige, mit dem All diese coolen, imaginären Leute Abhängen wollen Nächste Nacht war sie wieder da Sie hat an meinem Ohren gescharrt Sie schreit, sagte sie Geh weg, sagte ich Ich rede nicht mit imaginären Leuten Oh, ich bin nicht imaginär, sagte sie Ich bin Eliza Und ich suche nur den Weg nach Hause Darauf ich In diesem Fall, weil das ist nicht hier Die erste Links Und dann geradeaus bis Mir doch egal Das ist ein Trickreich, mein Gehirn Will ich verrückt werden Aber daraus wird nichts Nicht wahr, Eliza? Eliza, ein ungewöhnlicher Name in dieser Gegend Sieh dich in dem anderen Raum um Dort gibt's bestimmt was zu holen Was du findest, kannst du behalten Ich bin, ich bin großzügig drauf Null Ich bin ja nicht gerade der Schatz, auf den ich spekuliert hatte Na hier, wo wir halt gelootet haben Toll Aber den, die ihr betötet haben gerade Das klang eigentlich so wie nach einem Freund für dich Wieso? Ja, so, ihr seid ähnlich Weil der so intelligent ist wie ich Hä? Ich wollte einsteigen Jetzt hat der hier und so einen U2 Pisse aufgenommen Oder? Hab ich'n hier? Wie kommt man denn jetzt klugerweise rüber, ey? Wohin denn? Na ohne abzustürzen rüberfliegen Das weiß ich doch nicht Ich ohne Auf jeden Fall nicht, indem du mein Fahrzeug kaputt machst Wo müssen wir denn überhaupt hin? Na wieder rüber Wo ist denn wieder rüber? Na hä hä, willst du mich verarschen oder was? Wir müssen eigentlich n Fast Na gut, nicht fast Nein, bleib doch da stehen So, ich bin drüben Juhu Oh, ja, nein Nein Ja, nein Doch, vielleicht Heute nicht Mit der hesset das Fahrzeug Zwei schon drauf, ey Äh, wir spawnen jetzt übrigens Wieder hier unten dann Nein Äh, aber hier haben wir doch jetzt gar kein Fahrzeug Äh, stimmt Okay Das heißt, wir müssen noch Sogar ohne Fahrzeug rüberkommen Mit dem, mit dem Boost Welcher Boost? Ja Ach, du meinst hier den O2 Boost oder was? Oh, ich will nicht mehr Ich will nicht Na klar, deswegen ist auch der Geysir da Alles klar Der zum rüberhüpfen wahrscheinlich, ne? Ja Mit dem Fahrzeug ging's nicht Lull Ah, du bist Profi, ey Oh, was sind das hier? Ein Laila Skin, alter Hey, bleib doch mal stehen Jetzt muss ich hier extra ranlaufen Oh mein Gott Dass der einfach mal kurz stehen bleibt Oh, ich hab die Dritte Plattform Ist das die dritte? Das ist die dritte Wo waren die zweite? Wiss ich doch nicht Ich weiß nicht mal Wo ist sie denn hier? Da Wo ist denn da? Dann würde ich die zweite suchen Nochmal Und dann gehen wir Wo ist denn da? Ah, da Hier, wo ich stehe Wo war doch hier die zweite Die Frage ist ja, wo die erste ist Na, am Ding direkt war doch die erste Ich bin ready Okay, dann lass es uns sehen Wieso, was willst du denn machen? Na, die alle erträgen Weiß mal, bist du Hast du so rot bei dir? Nee, ist grün bei mir noch Dann musst du nochmal rufjumpen Mit dem Fahrersprung Hab ich Ist rot Okay, dann lass es hoch Aber jetzt läuft doch gar kein Timer Nee, der lief letztes Mal auch nicht Der war bloß Leise Irgendwann kam zum Piepen Und dann war es wieder Achso Perfektes Timing Jetzt da oben auch auf Krass Oh, ich stecke schon wieder fest Eine Waffenkiste Oi Hier ist noch was Weißes Falls du was mitnehmen kannst Ich kann auch ein bisschen was mitnehmen Ja Ist mir was cooles Ah, eine Pistole Ich hab mir leider Pistole genommen Aber Wo ist was Weißes hier? Ist sie markiert? Aber selbst die Hast du? Ja, hier kann man nur rennen Quest abgeben Und dann können wir die weißen Waffen noch verticken Jo Das klingt nach dem Plan 60% Hab ich nur noch Verstehst du? Sauerstoff oder Ja Wo heißt es Woher hast du eine Prozenterzeige? Hä? Der sagt mir das Der sagt Sauerstoff Nur noch 60% Oder sowas Keine Ahnung Waffenauswahl Waffenauswahl? Äh, MP oder? Neh mal den Angry Nero Ich hatte gedacht Eliza wäre Mause tot Anscheinend nicht Aber sie ist ein ziemlich zartes Pflänzchen Und ich glaube ohne meine Hilfe Hält sie hier nicht lang durch Ich gebe dir ihren angeblich letzten Aufenthaltsort auf dein Echo So Das ist doch Ist das wieder auf der Map? Ne Das ist Reise Also können wir auch erstmal weiße Waffen Lass doch erstmal die weißen Waffen wegpacken Was denn hier eine Schnellreise hier gar nicht? Oder was auch Hier vorne bei ihm nicht? Ne Dann müssen wir hier kurz durch Da war nämlich eine Lass doch da Schnell durch hin Oh ich klatsche dich um Siehst du hier ist doch schon eine Schnellreise Ich hasse dich Das ist schnell mal die Schnellreise nehmen Ich hasse dich sowieso sehr Und dann geht das gleich ab Triton Platz Triton So wo musst du hin? Schon wieder Mondstein da Junge 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 Da ist noch ein Ausrufezeichen Wollen wir das erstmal annehmen? Oh hier sind Gegner Level 15 Bist du überhaupt hier? Ich bin da Ich brauche doch Achso Ich gehe jetzt Durch die Granate Sterne Schon alle tot hier? Ja und was lebt hier noch? Und was lebt hier noch? Ja Ist auch noch Aua Wieso fliegt denn hier so ein ekelhaftes Ding? Alter da willst du bloß mal so ein scheiß Ausrufezeichen in Empfang nehmen Wo ist denn das? Und dann lassen die alle aus Unter uns oder was? Oder oben? Über uns wahrscheinlich Äh Wie geht denn das? Achso Das ist bestimmt wieder so ein Ding zum Überlasten Wo bist du denn da hochgekommen? Dann zurück Oder auch nicht Oder auch nicht Hier außen wahrscheinlich Da Ja Woraus kannst du nochmal gehen Wo kommt ihr denn alle her ey? Wo? Wo bist du denn? Oben? Hä? Wie bist du da hochgekommen? Sprü mal runter Ich kann nicht runter springen Ich bin tot fast Warum? Das krieg ich noch so Weil hier viele Gegner sind Schießt hier nicht langsam in die Hand Sie haben hier einen riesen Laser versucht Mord ihr Scheibchen zu schneiden Nur mal so als Gedanke Ich bin down Ich treffe hier nichts Was ist das denn? Medi-Bot Heile ich dich gerade? Ne Nur eine Fähigkeit hat mich gehalten Ich bin ein Medi-Bot Was ist das denn? Hör nicht durch Ich geb dir Energie Ich geb dir Energie Ich geb dir Energie Ernsthaft? Los So Pass auf hier ist noch so ein fetter Schmutzfink Oh der hat eine Nase Wolli-Wong Was ist das denn? Wo ist das denn? Oh Ich sehe wie der nicht bewegt war Schießt du doch lieber den leichten hinter dir ab Oh hier ist noch Feridinkum Der hier ist doch leicht oder nicht? Alter Falter Da schießen noch mehr ne? Darksider Ja wir wollten nur das Ausrufe zeichnen Kann das sein dass das hier so ein bisschen der Weg von der Hauptquest vielleicht ist? Möglicherweise Warum fliegt denn das Ding hier unten? Ist aber noch mehr? Klar Leckt mich doch im Arsch Ob sei das Fliege Ding hier das kommt uns die ganze Map hinterher Guck dir mal die Mini Map an wie viele das noch sind So weiße Waffe Jop Bin ich full? Ne So Beim Ausrufezeichen Du bist beim Ausrufezeichen? Und das war unten? Ne Ne oben Hä wie bist du denn jetzt hochgekommen? Mit dem Plattform Welche Plattform Sehr gegrüßt Abenteurer Du musst mir Cosmo Wishbone Universalgelehrter der Extra-Klasse Deine Rome Da ist ne Plattform Ich möchte diesem Mode meine selbst komponierte Musik gönnen Um dies in großem Rahmen zu tun werde ich einen Satelliten in die Umlaufbahn bringen Dazu habe ich eine Rakete gebaut Fast Hilf mir sie fertig zu stellen und du wirst Teil meiner Saga Interesse Um die Rakete fertig zu stellen benötige ich mehrere wichtige Objekte und belohne dich fürstlich wenn du sie mir lieferst Zunächst Geh und besorge mir einen Flussregler Ich habe dir die Position eines solchen Geräts auf dein Echo geschickt Ein Flussregler wird helfen Die Energie der Satelliten zu verfolgen Der labert ein bisschen schneller Und verzeihe die lauten Nachbarn Natürlich hätte ich das selber erledigen können Schließlich bin ich ein berüchtigter Schütze Aber momentan verpasse ich meinen neuesten Klangerkundungsprojekt In A-Moll Den letzten Schliff Und bis zum Start der Satelliten muss ich fertig sein So Schnell die Waffen abgeben Ja Ich wechsle noch Ich wechsle noch Haben wir hier unten ein Fahrzeug stehen oder Ja Im Haus Bin ich jetzt zu weit nach unten Ja Sieht so aus Ok Hatte der das nicht hier ganz hinten angezeigt Ich hab die doch gesagt im Haus Ich bin ja richtig zu weit weg Wie komme ich jetzt wieder hoch? Ich hab das Gefühl ich bin sowieso komplett in die falsche Richtung oder? Ja bis doch Ich hab noch mal hier rum Ich hab noch mal hier rum Das ist doch mal hier rum Oh oh queda Alter Ich hab nochmal hier rum Und dann was ist das bis zum Rennlchen Alter Aber ich hab ein bisschen zu weit Okay Ich hab mal hier rum easy so erstmal looten draußen sind noch einige gegner so du bist einfach mal spontan direkt ich komme ja auch nicht ran du sitzt bei mir quasi immer noch auf dem fahrzeug wann kann ich da jetzt was wie kann ich denn da jetzt hinterher oder waren das jetzt 50 waffen muss ich die einfach wegwerfen oder muss ich einfach einlagern inventar ja ich kann es ja nicht anklicken ja was jetzt wahrscheinlich nicht geht weil wir dann noch weitere quest haben zu den waffen das heißt ich muss jetzt die 80 waffen noch weiter mit tragen die drei waffen ja ne ich habe jetzt glaube ich 15 stück oder so so machen wir erstmal folgen ja aber erstmal müssen wir die ganzen fliegedinger weg machen hier ist noch bettes garf ja der ist schon wieder oh jetzt rennt der weg der idiot ja tot tot ist er tot so das ist schon wieder irgendwo einer da noch so ein bettes typ alter bleibst du auch immer überall hängen ich glaube ich bin down und dein fahrzeug ist hier im weg kann ich ihn nicht anschießen und hoch mit mir kann ich über dein fahrzeug schießen oh endlich kein bug mehr wahnsinn so jetzt kommen wir aber wieso kann ich denn nichts mitnehmen hey ich habe doch gerade einen waffen weggegeben tja so 11 von 15 willst du mich verarschen oh nee Päuschen oder was sagst du f*** mich schon wieder ab ey dieses spiel hast du immer noch den mod mit der Muni oder was ich glaube ja Spitzel bedanke mich tschüss Spitzel bedanke mich bis zum nächsten mal tschüss tschüss